Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Splatoon in einer weiteren Challenge, die ich mir jetzt mal selbst überlegt habe und zwar, dass ich nur mit der Tintzuka kille. Das heißt, ich bin jetzt schon die richtige Einfärbmaus. Ach ja, wie schön. Und sonst muss ich nur mit der Tintzuka killen. Sonst muss ich halt immer mich verpissen. Ist das nicht toll? Willst du mich verarschen? Ich bin doch schon längst weggegangen, du scheiß Blaster. Wie kannst du denn noch da sein? Das ist wieder so etwas, was ich nicht verstehe. Ein Personeo bietet sich da mehr an. Das ist ja nicht so eine Kack-Sniper noch. Ich kann ja noch mit Bomben irgendwie tasten oder so. Ist das schließlich noch irgendwo und irgendwie auch noch Regierkampf? Wo sind denn die scheiß Gegner? Hallo? Ich glaube, die kommen alle von da. Boah. Ich wollte gerade weg. Natürlich hat dieser scheiß Blaster natürlich seinen behinderten Tinten-Titan. Bringt die doch um. Ich kann nicht so wirklich gut mit den Tinten-Titanen. Vor allem nicht, wenn ich das muss. Das ist unglaublich. Leck mich am Arsch. Die wischen schon, wo ich hingehe, oder was? Diese Map kotzt mich auch langsam an. Wie gesagt, ich kann nur killen, wenn ich den Tinten-Suka habe. Das ist scheiße. Warum habe ich mir eine Challenge gemacht? Vor allem mit diesem Rotz-Team mal wieder. Ein Blaster, der mich abfuckt. Und ein beschissenes Sniper, der natürlich immer im Gegenteam ist. Das ist unglaublich. Und es gibt keine Map-Rotation. Das ist auch so behindert. Als ob die Reichweite so hoch ist. Ich war schon längst weg. Leck mich, Mann. Das geht mir wieder so hart auf den Sack. Ich hasse, wenn keine Map-Rotation stattfindet. Ey, das ist unglaublich. Fick dich mit deinem scheiß Titan. Ich krieg gleich einen Anfall. Ey, wenn du mich jetzt schon wieder getötet hättest, ne? Ich hätt gekotzt. Ich hab hart. Ich wollte einen Kill haben. Weil ich das mit dem Zug gar nicht geschissen krieg. Leck mich. Ab Arsch. Die kann es auch noch sterben. Ich hab Nintendo mitgenommen. Ich hab Nintendo umgebracht. Aber die Map will ich einfach nicht mehr. Die ist scheiße. Wenn die gleich nochmal kommt, dann geh ich kotzen. Wenn es schon wieder ein Part ist oder zwei Parts, wo dieselbe Map kommt. Nervt. Hart. Wow. Ich war auf jeden Fall genauso gut wie der Sniper da unten. Ich bin nur zweimal mehr gestorben. Hab aber auch zwei gekillt. Zwar nicht mehr in den Zug, aber das ist ja egal. So, das nächste Match beginnt endlich. Danke Gott. In der Chompid Games. Leggy Quarter. Jetzt, wow, da hat jemand auch noch einen Disperser. Neo. Oh, schön. Jetzt hab ich gleich mehr Motivation, Alter. Geil. Jetzt hab ich jetzt eigentlich diese Rot-Sniper. Und dann irgendwo, ich weiß nicht, ob in meinem Team oder im Gegner-Team ist, jemand, der Stufe 6 ist. Das ist sehr schön. Eigentlich nicht. Ich will so umbringen. Leck mich. Ist jetzt weggegangen. Ja, leider Gottes. Wieso hat meine Zuzuka eigentlich nicht gezählt? Weil, dass eine Bombe da war, hab ich irgendwie null gecheckt. Auch wenn ich Bomben-Schnüffel anhab, aber hey. Alter. Alter, das gibt's nicht. Die sind überall irgendwie. Kann der Echo Locator sich mal verpissen? Danke. Hat's nicht mal. Am Arsch. Am Arsch. Hallo? Die, die nicht stirbt. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Ich werde beinahe in die Bombe da reingelatscht. Nö. Oh, Röla. Wow. Ernsthaft jetzt? Seriously? Wie viele Hits baue ich eigentlich mit dieser Scheißwaffe eigentlich, bitte? Ich hinterfrage das einfach nicht mehr. Klar, dann ist natürlich die Bombe direkt immer auf mich gezielt. Ist das dumm? Ja, leck mich, du scheiß Roller. Komm hier hoch, du sagst Sau. Los, komm hier hoch. Braust dich nicht. Oh, danke schön, dass du's hoch gemacht hast. Sehr nett von dir. Oh, dieses scheiß Schild. Oh. Okay, diese Map ist doch nicht unbedingt grad praktisch. Das ist doch ein reines Gemetzel hier gerade so. Kannst mich mal. Wow. Ernsthaft? Seriously? Ich dachte, der hätte ein Schild. Aber hatte er eigentlich. Seid doch nicht alle so killgeil. Ihr Penner. Wie killgeil die alle sind. Das geht. Ah, ist so typisch. Das ist das heutige Splatoon. Also diese Challenge empfehle ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Dann nimmt auf jeden Fall den Disperser Neo. Und nimmt keinen Angriff. Wow. Mein Team war auch wieder größte Scheiße. Vom Killen her natürlich. Was für ein Kack. Dann hat man mal zwei Sniper und die können nix. Ah, wie ich es liebe. So, das letzte Match findet nochmal auf Uncharted Games Leggy Qualter statt. Und mir ist heiß. Wow. Schon wieder zwei Sniper, die nix können. Ja, das wird totale Niederlage wieder. Ich kann jetzt schon aufgeben. Ey, leck mich, Mann. Aber manche Sniper färben nicht. Das ist halt scheiße. Ich mach eine Challenge. So wird das nächste. Hallo? Okay. Leck des Jahrhunderts. Die hat sich weg teleportiert. Na, auf zu lecken. Dann stirbt halt zehn Sekunden gleich später. Von mir oder von wem auch immer. Wow. Ernsthaft? Ach so, da kämpfst du jetzt. Fühlt sich richtig geil. Vor allem mit dem geilen Kalligrafen kann man so gut killen. Die Waffe hätte ich jetzt auch so gerne. Und der kämpft einfach reißkalt. Immer noch weiter. Und dumm muss man sein. Das ist dumm. Das ist echt eine Schande. Also, ich kann ja nichts einfärben, ne? Irgendwo. Hau ab da. Du nervst. Ich dachte, da wäre noch der Gegner. Ach so, und jetzt sind die Gegner irgendwie total scheiße, oder wie? Du bist so eine Pussy. Du bist so eine harte Pussy. Aber ich wieder hoch. Leck mich. Ich wollte dir diesen Camper da oben bringen. Ist klar. Ich klatsche. Ich hitze dich erst an mit dem Disperser Neo. Okay, der hat etwas Angriff. Aber trotzdem. Die zwei Insta-Bomben haben reichen müssen. Natürlich nicht. Warum denn auch? Weißt du? Du bist so ein Camper, ne? Das hast du verdient, dass du verlierst. Weil du nichts tust. Hier, willst du hochkommen? Komm her. Ich kann nichts einfärben. Ich komm doch nicht hin. Hier. Also, die Niederlage haben sie dem Kalligrafen zu verdanken. vom Gegner-Team aus. Leck mich. Alter. Fuck mich. Nicht. Ab. Ihr Penner. Diese Map ist doch irgendwie Code dafür. Hier. Ich kann dich anders umbringen, du Penner. Nicht mit Insta-Bomben, du Arsch. Ach, keine Lust mehr auf diese Challenge. Ich gebe auf Piss. Ja, genau. Hm. Was findest du denn noch? Hm. Das Spiel ist so geil und auch irgendwie scheiße. Also, es ist so ein typisches Spiel einfach, wo man sich aufregen kann. I love it. Es sind die besten Spiele. Dafür haben wir gewonnen, weil der Kalligraf im Gegner-Team so dumm ist. Es ist unglaublich. Tut das niemals, Freunde. Kämmt nicht irgendwo rum. Auch wenn ihr damit ein paar Kills wagen könnt, ihr verliert. Weil ihr nix tut. Oh. Die hatten leider ein Disconnect. Oh. Das tut mir aber leid. Das tut mir richtig hart leid. Not. Auf jeden Fall probiert die Challenge doch mal selbst aus. Mit Dispersa-Neo. Ohne irgendwelche Angriff-Perks. Ihr kriegt das eh besser hin. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht so wirklich Tensuka-Typ. Und damit sage ich vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal von Splatou. Ciao. Somit hat sich auch die Dispersa-Neo.